Die Ruhe in diesem Bild ist trünkerisch. Lange schon wird der nordische Frieden durch eine grassierende Störung des Sexualverhaltens heimischer Zuchtschafe massiv gestört. Wissenschaftlern ist es mittlerweile dank intensiver Forschung gelungen, Patient X zu bestimmen. Sven, der Teufel in Schatzgestalt. Seit dem Ausbruch der Plage gehören Bilder wie diese der Vergangenheit an. Vorbei die Zeiten, in denen sich muntere Gesellschaften in spärlicher Bekleidung und unschuldiger Absicht unter freiem Himmelszelt begegnen konnten. Ein Moment der Unachtsamkeit kann verheerend sein. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Selbst unsere sonst so tugendhafte Jugend ist in Gefahr. Trafen sich einstmals engagierte Musikanten zur Gesangsprobe, sind es heute vermehrt Halbstarke, die in Spelunken zum Billard mit zwielichtigen Gestalten zusammentreffen. Schützen Sie Ihre Familie, indem Sie sich umfassend informieren. Holen Sie sich noch heute? Sven 2. Für alle Familienmitglieder ab zwölf. Sven 2. Wettet Ihre Familie.